Wir wollten euch nur sagen, dass ihr scheiße seid. Wir wollten ja noch ein 500-Abo-Special machen, aber jetzt sind schon 600 Abonnenten. Mann, kriegt ihr gleich einen Fisch-Slapp mit Klafen ins Gesicht. Wir haben insgesamt 14 Millionen Fragen auf Facebook, Twitter, Instagram und allen möglichen anderen Scheiß bekommen. Dafür erstmal danke, aber wir haben uns jetzt mal die 5 besten Fragen ausgesucht und ja. Megan Fox hat geschrieben, Björn, ich finde dich echt geil. Das ist keine Frage, aber danke Megan. Aha, und hier hat Alexis Text das gefragt, wollen wir mal zusammen ein Video drehen? Spaß beiseite. Frage 1. Wie alt seid ihr? 16. Was hasst ihr an Leuten? Wenn Leute mich dumm voll labern. Wahnsinn, ich falle. Hört, Leute. Wenn Leute das Kommentar statt DER Kommentar sagen. Ey, guck mal, schon wieder ein neues Kommentar. Was macht ihr gerne in eurer Freizeit? Also, ich atme ganz gerne. Ist nicht schlecht. Und du? Eine gute Freizeitbeschäftigung. Ja, ich atme auch ganz gerne. Was ist denn das für eine Bigfoot-Kamera? Also, die Bigfoot-Kamera, die wir für Ist-Mir-Egal benutzt haben, heißt Sony HXR-MC2000E. Aber ist eigentlich nicht unsere, also meine Kamera. Normal benutzen wir die, also auch jetzt gerade benutzen wir die EOS 600D. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Hey, Leon, hast du eigentlich meinen Tintenfischhut gesehen? Nein. 600 Abos gefreut, vor allem mich. Hey Leon, wir haben 600 Abos! Juckt mich nicht. Ja, mich sag ich auch nicht. In der Tat. Seht ihr das? Seht ihr das? Olli! Hallo! Wer war denn der Nachfolger von Ludwig? Ja? Warum zweitert ihr die Arke? Ja? Ja, warum... Ja? Warum, warum gab's... Fuck! Ja? Jetzt machen! Ja, aber du was! Ey! Ja! Fuck! Das ist übel schlimm, ey! Ich will nur was drehen wollen! Luka! Aaaaaaah! Entschuldigung, wissen Sie wie's zum Kino geht? Wissen Sie was? Das interessiert mich gar nicht! Was labern Sie mich voll? Was labern Sie mich voll? Pfff! Nein! Gute Frage, Bartolt! Nein, 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 nein! Was labern Sie mich voll? Mann! 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 Dann warum gab's eigentlich die... Drei... Hup! 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 Oh, hup! Aí was sind denn drin! H upstairs geklappt! Was willst du jetzt hören von mir, was soll ich jetzt sagen, willst du oder willst du jetzt nicht Tschuriburi oder was? Tschuriburi!